Yo, was geht ab Leute? Team Wobbilt hier. Heute mal wieder mit einem Kartreview. So, heute zu Black Rose Moonlight Dragon. Der ist vor paar Tagen rausgekommen. In irgendein Manga oder so, in Amerika. Jump oder so, glaube ich. Und das heißt, so wie immer, dass er bei uns erstmal nicht legal ist. Leider. Aber schauen wir ihn uns trotzdem mal an. Also Synchro Monster, auch Level 7 und 2,4 ATK sowie der ursprüngliche Black Rose. Unterschied ist halt, der hier ist Licht anstatt Feuer. Und der Effekt ist halt anders. Braucht halt einen Tuner und einen Nicht-Tuner. Also, so wie Black Rose normal. Keine speziellen Bedingungen. Einfach so. Tune. Der Effekt ist halt, wenn er speziell beschworen wird. Was mir halt gleich auffällt an dem Spruch ist halt, egal wie er speziell beschworen wird. Also nicht nur, wenn er Synchro beschworen wird, sondern auch Soul Charge oder Reborn oder so. Oder Call halt. Also, wenn er speziell beschworen wird, oder ein Monster vom Level 5 oder höher auf die gegnerische Seite speziell beschworen wird, kannst du ein Monster wählen, das speziell beschworen wurde, vom Gegner und es zurück auf die Hand schicken. Und den Effekt kannst du halt nur einmal pro Runde einsetzen. Ziemlich starker Effekt, finde ich. So wie ein Compuls. Sprich, wenn er kommt, kannst du einmal was auf die Hand zurückschicken. Und dann schützt er sich halt selber noch, indem er halt in der gegnerischen Runde immer eins zurückgeschicken kann. Und mit 2,4 ATK ist es halt schon schwer, da drüber zu kommen, ohne halt irgendwas speziell zu beschwören. Zum Beispiel jetzt gegen Shadow. Die Fusion würde einfach wieder zurück ins Extra Deck gemischt werden. Und er könnte sich nichts aus dem Friedhof zurückholen. Ist halt auch relativ gut, also manchmal gegen Niklas. Die werden halt wieder zurück auf die Hand geschickt und der Gegner muss wieder Ressourcen verbrauchen, um den noch mal heraus zu beschwören. Klar kann in manchen Fällen eher schlecht sein. Also ist jetzt nicht die optimale Anti-Karte gegen Niklas. Also ist auf jeden Fall ein interessanter Effekt. Aber im jetzigen Meter, glaube ich, stört es uns eher weniger, dass wir Ideen nicht haben. Bzw. mir würde kein Deck für den einfallen. Hat aber trotzdem coole Karte. Könnt gerne in die Kommentare schreiben, was ihr von der Karte haltet. Ansonsten war's das. Erstmal mit dem Review. Wie immer liken, subscriben, kommentieren. Unsere anderen Videos abchecken. Und ciao. Karte. 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 Karte.